Das Zentrum ist der Glaube an Allah und das Bekenntnis zum letzten Propheten. Wie äußert sich der Glaube im täglichen Leben für den Muslim? Dass er in, ich meine, ich kann nicht für alle Muslime sprechen, aber ich weiß, dass er absolut auf das vertraut, was Gott will. Und dass er auch die Dinge annimmt, wie sie kommen. Er weiß, dass alles in besten Händen ist. Ich möchte Ihnen eine Sache erzählen und ich hoffe, die bringen wir auch. Ich hatte in der Türkei einen sehr lieben Freund, einen Möbeltischler. Dieses Stück stammt übrigens von ihm. Sohn einer normalen bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Familie in Konya, großer Verehrer von Jalaletin Rumi. Seine Mutter hatte zehn Söhne gehabt, davon waren acht als Kinder gestorben. Der Älteste ist gestorben, als ich da war und dann blieb der Jüngste, mein Bruder Ismail. Ismail. Ismail wollte unbedingt nach Deutschland, um sich noch etwas zu vervollkommenen in seinem Handwerk. Ich habe ihn immer daran gehindert. Ich dachte, das geht nicht gut. Aber er hat es dann doch geschafft. Ja. Und nach drei Monaten, er hatte unsere gemeinsamen Freunde in Berlin besucht, kriegte ich die Nachricht, er ist an einem Blutsturz gestorben. Der zehnte und letzte Sohn seiner Mutter. Ich habe Wochen gebraucht, bis ich nach Konya gegangen bin, um der alten Frau mein Beileid auszusprechen. Da ist es geschehen, dass diese Frau zu mir gesagt hat, Liebes Kind, sei nicht traurig. Ismail wollte immer Gast bei euch sein. Jetzt ist er euer ewiger Gast geworden. Da habe ich gewusst, was Islam ist. Was Glauben ist. Ja, aber gerade die hingeben, das absolute Vertrauen in die Weisheit Gottes. Und nach 30 Jahren habe ich dann seinen Sohn, seine Enkelkinder wieder gesehen. Jetzt sind wir wieder in Verbindung. Die Dschihad, das sich abmühen auf dem Wege zu Gott, das ist jedem Moslem auferlegt. Dass er sich ständig bemüht, Gott nahe zu kommen. Ja, Gott nahe zu kommen und Gottes Gebote zu verwirklichen. Wie ist denn die Veränderung hin zum Heiligen Krieg gekommen? Wie ist denn diese Entwicklung entstanden, dass man das heute damit in Verbindung bringt? Es ist der Gedanke, dass man sich im Namen, auf dem Wege Gottes bemüht, möglichst viele Menschen ihm zuzuführen, indem sie sich bekehren. Ja, die Bekehrung wurde ja auch nicht immer mit friedlichen Mitteln durchgeführt, sondern Sie haben das auch mit Feuer und Schwert oder so die Menschheit bekehrt. Das ist vorgekommen. Das soll aber auch bei den Christen vorgekommen sein. Ja, das wissen wir. Gar dem Großen wissen wir das noch. Und bei den Kreuzzügen. Haben denn die Sufi-Orden auch für die Bekehrung, waren die dafür verantwortlich? Zum großen Teil, aber sie haben es eben nicht auf gewaltsame Weise getan, sondern einfach durch ihr Beispiel, durch ihr Leben, ihr einfaches Leben, durch ihre Predigten haben sie sehr, sehr viele Menschen angezogen. Denn es war nicht der Islam der Juristen, es waren keine verschachtelten Glaubenssätze und theologischen Dinge, sondern es waren ganz einfache Grundformeln des Islam. Glaube an Gott, Glaube an den Propheten und Glaube an das jüngste Gericht und sonst so anständig wie möglich handeln. Also eine ganz einfache Lebensform. Gibt es denn eine Linie von den Mystikern, den islamischen zu den christlichen Mystikern? Ja, unbedingt. Es gibt ein sehr schönes kleines Buch von Thur André im Myrtenträgergarten. Das war ein schwedischer lutherischer Bischof, der die besten Bücher über Mohammed geschrieben hat. Und in diesem Büchlein hat er gezeigt, wie in der frühen Zeit die christlichen Asketen und die muslimischen Asketen und Frommeln ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt haben. Und es ist ja so, dass Jesus, und zwar der Jesus, der Bergpredigt, im Sophismus eine ganz große Rolle spielt. Er ist das Musterbeispiel des bescheidenen, liebenden Menschen, der ganz aus seiner Gottesliebe lebt und nichts von dieser Welt will. Die Rolle Jesu im Islam ist etwas, der sehr interessant ist. Ja, interessant ist ja auch die Rolle der Mutter Gottes, Marias. Die kommt ja auch im Islam vor und sie wird ja auch verehrt. Ja, über die Geschichte Marias ist in Sura 19 erzählt worden, wie sie im Tempel aufwuchs und wunderbar genährt wurde und wie dann der Geist Gottes die überschattete und ihr die Geburt eines Kindes verkündete, wie sie dann in die Wüste ging und als die Wehen einsetzten, ergriff sie den Stamm einer verdorrten Dattelpalme und der Palme schüttelte süße Datteln über sie, während sie das Kind gebar. Und dann sprach das Kind, als sie angeklagt wurde, Unzucht getrieben zu haben, da sprach das Kind Jesus und verteidigte ihre Jungfräulichkeit. Das ist im Koran alles wörtlich. Aber im Koran wird nicht daran geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nein. Also er ist Marias Sohn. Ja, er heißt die Isa ben Mariam. Ja, ja. Aber Gottes Sohn, diese Vorstellung gibt es im Islam nicht. Ja, Sie schreiben ja, dass es schon in der Mystik volle Gleichberechtigung der Frauen gab und von Anfang an die erste große Mystikerin war eine Frau. Sie wird sozusagen... Rabia. Ja, aber da habe ich bei Ihnen auch gelernt, in dem weiblichen Islam, meine Seele ist eine Frau, dass wenn eine Frau ganz fromm ist, dann ist sie eben ein Mann. Ja. Das ist ja etwas, das ist mir schwer gefallen zu verstehen. Tatsächlich. Also wenn man ganz intensiv gläubig ist als Frau, dann ist man ein Mann. Ja, Mann ist eben ein Ehrenwort. Und Frau nicht. Nein, die Frau ist... Das haben wir ja auch gehabt. Ich meine, die Frau, lesen Sie westöstlicher Divan, aus Kromarippe war es sich geschaffen. Die Frau ist ja auch im Christentum nicht gerade gleichberechtigt. Nein, zu Anfang nicht. Das ist wie im Korintherbrief. Der Mann ist das Abbild Gottes und wir sind bestenfalls der Abglanz des Mannes. Und die Frau verhülle ihr Haupt, weil der Mann ja ihr Herr ist. Ja, steht ja auch im zweiten Korintherbrief. Aber im Koran kommen Frauen vergleichsweise selten vor, nicht? Ja, sie kommen vor in der Frage der Erbschaft. Im vorislamischen Arabien erbten die Frauen ja nichts. Das wurde jetzt geregelt. Und sie kommen vor als Zeuginnen, wo zwei Männer, nein, zwei Frauen statt eines Mannes als Zeugnis ablösen können vor Gericht. Und sie kommen vor in der Frage der Polygamie bis zu vier Frauen vorausgesetzt, dass er sie alle gerecht behandelt. Ja, das ist ja noch ganz hübsch, dass offensichtlich Mohammed mehr Frauen hatte. Und das wird ihm zugebilligt, weil er eben ein besonderer Mann war. Ja, das stimmt. Eigentlich sind die vier Frauen beschränkt, aber er durfte ein paar mehr haben. Das finde ich ja noch eine großzügige Auslegung. Aber die Lage der Frau hat sich ganz offensichtlich im Laufe der Jahrhunderte verschlechtert. Ja, in der islamischen Geschichte gibt es a. etliche Königinnen, b. haben die Frauen, ich habe ja das in meinem Buch, Meine Seele ist eine Frau dargelegt, die Frauen haben in den verschiedensten Berufen gearbeitet. Dass sie sich verschleiern oder dass sie sich von den Männern trennen, das ist etwas anderes. Das gab es auch im alten Iran. Und wenn heutzutage immer wieder auf das Kopftuchverbot und so weiter und Gebot zu sprechen kommen. In der Zeit des frühen Islam war es so, dass die Frauen des Propheten und die vornehmen Frauen, denen wurde gesagt, sie sollten sich anständig bedecken, damit sie, wenn sie herausgingen, nicht mit Sklaven, die ziemlich leichtfüßig und leicht beschwingend begleitet waren, nicht verwechselt wurden. Es war also, um ihre Ehre als anständige Frauen zu schützen. Und die Abschließung hat sich erst im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte ergeben. Und ich habe ja viele Frauen, auch Frauen, die in strikter Porta leben, also strikt abgeschlossen sind. Die habe ich gefragt, ob das nicht schrecklich wäre. Die waren stolz darauf, dass sie ihre Ehre ganz geschützt hatten. Und sie haben in den Häusern dann ja auch gelesen, gelernt und so weiter. Also das Bild ist auch wieder etwas schief. Ich gebe zu, das ist schwierig zu begreifen. Und es gibt auch genauso viel unterdrückte Frauen, wie es anderswo gibt. Es gibt, Frau Professor Schimmel, im Islam die Gleichheit aller Muslime. Also anders als in der christlichen Religion, wo es den Papst, die Bischöfe, eine Hierarchie gibt. Gibt es davon gar nichts im Islam? Es hat sich natürlich eine gewisse Hierarchie entwickelt, wenn man das Wort überhaupt gebrochen kann. Es gibt den, früher war es der Älteste der Familie, der Älteste des Stammes. Und die Juristen haben eine besondere Stellung, weil sie eben das göttliche Recht auslegen können. Und in der islamischen Mystik sind es die Schechs oder Piers, wenn man sie im persischsprachigen Raum nennt, die von ihren Verehrern und Anhängern sehr hoch geschätzt werden. Und das ist eigentlich die einzige Art einer Hierarchie, die sich wirklich durchgesetzt hat, aber die natürlich von der Orthodoxie auch angegriffen wird. Ja, es ist ja das Erstaunliche, dass im Mittelpunkt dieser Religion steht die persönliche oder gemeinschaftliche Gottesverehrung. Ja. Aber es steht eben kein Priester vorne oben am Altar oder so, sondern auch der Iman oder der Vorbeter ist ein Teil der Gemeinde. Ja, und jeder unbescholtene Mann kann bei einer Gemeinde Vorbeter sein und bei einer Gemeinde von Frauen natürlich auch jede unbescholtene Frau. Ach ja, gibt es das auch? Ja, ja. Es gibt ja Frauengesellschaften, zum Beispiel die Frauen, die in einem größeren Gemeinschaftshaushalt leben, also die Mütter, die Frauen, die Töchter, die verrichten ihr Gebet gemeinsam und da betet eine Frau vor. Ist das das, was der Harem immer bei uns missverständlich ist? Aber der Harem ist doch eigentlich der Teil der Frauen im Hause. Ja, genau. Und Kinder. Es ist der Teil, der geheiligt oder verboten ist. Harama heißt ja etwas für Tabu erklären. Also der Harem ist der Tabuteil, wo der Fremde nicht herein darf. Nur der eigene Mann darf rein? Der eigene Mann, die Brüder und Männer, die in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis zu den Frauen stehen. Das heißt Mahram. Und Mohammed ist sein Prophet, heißt ein Buch von Ihnen. Und da schreiben Sie, dass eigentlich das größte Ärgernis für die Moslems sei, dass wir nicht verstehen, wie hoch er in der Verehrung der Moslems steht. Ja, das ist richtig. Und das habe nicht nur ich gesagt, sondern es haben viele große Muslime gesagt. Und man kann das nur wiederholen. Denn vom Mittelalter an ist ja das Missverständnis da gewesen. Im christlichen Mittelalter wurde er entweder als ein abtrünniger Kardinal, der eine eigene Religion aus Ärger gegründet hatte, weil er nicht Papst wurde, gesehen. Oder als wirklich der Antichrist im schlimmsten Sinne. Und das haben wir ja auch noch bis zu Dante hin, wo er in der untersten Hölle gelandet ist. Obgleich Dantes Divina Comedia auch von den Geschichten von der Himmelsreise des Propheten beeinflusst ist, wie man nachweisen kann. In jedem Fall für den Muslim ist der Prophet erst einmal der Letzte in der Reihe der Gottgesandten, die bei Adam beginnen. Denn Gott hat sich niemals unbezeugt gelassen. Es hat immer Propheten gegeben, die meistens von ihren Völkern nicht anerkannt worden sind. Und dann gab es ein Strafgericht über die Völker. Und er verbindet das, was die großen vorherigen Propheten gesagt haben. Er hat die Stränge des Moses und die liebevolle Haltung Jesu und geht den mittleren Weg zwischen übertriebener Stränge und übertriebener Liebe. Das ist die Definition. Für die Mystiker, aber auch schon sehr früh für die Gläubigen, ist er eine Lichtfigur. Im Koran wird er ja als Siraj Mudnir, als leuchtende Lampe, beschrieben. Und er ist, Rahmatan lil'alamin, als Erbarmung für die Welten gesandt worden. Und aus diesen beiden Epitheter und noch einigen anderen entwickelt sich dann die Verehrung des Propheten als eines Menschen, der zwar Mensch ist, aber der in seiner Vollkommenheit doch alle anderen Sterblichen übertrifft. Und bei den Mystikern geht das zu einer ganz gewaltigen Mohammed-Mystik. Er wird dann gewissermaßen als die Nahtstelle zwischen Gott und der Schöpfung gesehen. Und man versucht, ihn vollkommen nachzuahmen, ihm nachzueifern bis ins kleinste Detail. Und da ist eben ein Punkt, der auch bei der Modernisierung eine Rolle spielt. Wenn man alles das, was der Prophet getan und gesagt hat, wirklich nachahmen wollte, seine Art sich zu kleiden, seine Art zu essen, dann ist es schwierig, das ins 21. Jahrhundert zu übertragen. Aber wenn man es rein psychologisch ansieht, dann ist es schon eher zu verstehen. Aber das sind auch Probleme. Aber Mohammed ist wirklich für den Muslim eine Art Vaterfigur. Er ist der geliebte und bewunderte Älteste. Und die Literatur, die über ihn geschrieben ist, in allen islamischen Sprachen, vor allen Dingen in den Volkssprachen, die ist so überwältigend und so reich, dass man eigentlich sein ganzes Leben sich nur damit beschäftigen könnte. Aber ihm nachzueifern, das ist die Aufgabe eines jeden Muslimen. Ja, man sollte es sein, auch so nah seiner Gewohnheit folgen. Er ist das Urbild aller menschlichen Schönheit. Es gibt keine Bilder von ihm, gezeichnete später ein paar, aber man weiß nicht, wie er aussah, aber trotzdem... Ja, man weiß es etwas. Man hat schriftlich in den verschiedenen alten Büchern, dass Leute, die ihn gesehen haben, ihn beschrieben haben. Und danach hat man dann die sogenannte Helia gemacht. Das sind Inschriften, in denen diese Beschreibungen... Er war so und so groß, er hatte zusammengewachsene Augenbrauen, seine Förderzähne standen etwas auseinander. Alle diese Dinge, das ist schriftlich aufgeführt. Und Sie werden in türkischen Moscheehöfen oft sehen können, dass solche Schriftbilder verkauft werden. Also diese Helia... Die Beschreibung... Die Beschreibung des Propheten, das ist also ein Wortbild sozusagen. Und ich habe gerade einen pakistanischen Freund, der diese große Kalligrafie hinter uns geschrieben hat, der hat jetzt eine ganze Reihe von solchen Helias geschrieben, die wunderschön sind. Und das wird in einem muslimischen Haus so wie bei uns ein Heiligenbild oder ein Madonnenbild aufgehängt. Ist es deshalb eine Beschreibung, ein Wortbild, das ist ja ein sehr schönes Wort, weil man nicht... Ein Bilderverbot gab es nicht, aber man hat keine Bilder hergestellt und hat dann ein Wortbild gemacht. Das ist eigentlich sehr schön, dass man sich auch aufhängen kann. Genau, so ist es. Mohamed soll gesagt haben, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, ihr würdet weinen und gar wenig lachen, weil man ihm vorgeworfen hat, er würde so wenig lächeln. Gibt es irgendeine Ahnung, was er sich vorstellte, was so schrecklich war? Ich nehme an, das jüngste Gericht. Ja, aber dass es so schrecklich war, dass das jüngste Gericht ihn so traurig oder so trister machte. Das hat ihn offenbar ungeheuer bewegt, wie dann angerechnet wurde. Und das jüngste Gericht ist ja auch unendlich oft in der Literatur beschrieben worden. Es ist ein Tag, der so lang ist wie 70.000 Jahre, es ist eine glühende Hitze. Die Dichter sagen dann, ein Tag der Trennung von meiner Geliebten ist so lang wie der Tag des jüngsten Gerichtes, so sagt man. Und es gibt auch einen Ausdruck im türkischen Triametkop, die Auferstehung ist losgebrochen, wenn ein fürchterliches Chaos ist. Denn alles läuft dann ja durcheinander. Aber es gibt sehr dramatische Schilderungen dieses Gerichtes. Und davor hatte er offenbar wirklich sehr große Angst, zumindest in der ersten Periode. Also das Jenseits spielt im Islam eine sehr viel größere Rolle als heute, sage ich bei uns, die Jenseitsbetrachtung spielt? Nein, es ist ganz real gesehen und man glaubt, dass jede Seele wird sehen, was sie getan hat. Keine Seele kann die Last einer anderen tragen. Und das sollte zu einem größeren Verantwortungsgefühl führen. Auf die Frage eines Beduinen, ob er sein Kamel frei laufen lassen könne, da er ja auf Gottes Schutz vertraue, sagte Mohammed, erst binde dein Kamel an und dann vertraue auf Gott. Das finde ich ja nun wirklich eine Einschränkung im Glauben, wenn man sagt, das mache es sicherheitshalber anders. Ja, ja. Ich finde das eine sehr praktische Art, wenn alle Kamele frei herumliefen, wer weiß, wo sie dann endeten. Ja, aber ich fand das eine schöne Einschränkung eigentlich, das Vertrauens, das er hatte. Ja, man soll es auch praktisch denken. In vielen Ländern ist ja doch das Arabische eine Fremdsprache. Ja, aber lernen die Moslem dennoch wegen des Korans das Arabische? In vielen Gebieten nicht mehr. Aber trotzdem, wenn sie den Koran lernen, dann lernen sie es auswendig, aber sie lernen es nicht als Sprache sozusagen. Ich habe das erfahren in der Türkei. Wir hatten einen wunderbaren Hafiz, bei dem wir in der Fakultät Koranunterricht hatten. Ich habe da auch daran teilgenommen, weil es mich einfach interessierte. Und er, da sagte ich mal zu ihm, Hafiz Sabri, warum lernen sie eigentlich nicht Arabisch? Dann würden sie den Koran doch noch besser verstehen. Und da sagte er, es war ein hochgebildeter, ein höherer Beamter in einem Ministerium. Der sagte, aber der Koran ist doch nicht Arabisch, das ist doch Gottes Wort, was soll ich da mit der Grammatik? Also er kann nur den Koran lesen und verstehen? Ja, aber er kann keine arabische Grammatik. Und das ist natürlich bei sehr vielen Menschen. Aber so klar ausgedrückt habe ich es nie gehört. Wenn ein islamischer Staat in strengster Anlehnung an das religiöse Gesetz lebte, schreiben Sie in dem Buch, Pakistan gäbe es kein Theater, keine Musik, keine bildende Kunst. Es gibt aber kein Bilderverbot in einem Koran. Nicht im Koran, aber es hat sich sehr bald entwickelt und zwar wahrscheinlich aus Angst, dass die Mekkaner wieder in den Götzendienst zurückfielen, dass man möglichst keine Bilder darstellen, keine menschlichen Wesen darstellen sollte. Es hat aber von Anfang an Darstellungen gegeben, zum Beispiel in den homayatischen Schlössern, Kosair Amra und so in Jordanien, die aus dem 7. und 8. Jahrhundert stammen. Da gibt es Wandbilder und es hat auch Statuen gegeben. Aber das war immer gewissermaßen am Rande. Und Illustrationen sind dann verwendet worden für naturwissenschaftliche Bücher. Es gibt ja sehr viele naturwissenschaftliche Schriften im frühen Islam für technische Bücher, wie man zum Beispiel kunstvolle Wasserspielwerke und Wasseruhren herstellen kann. Und dann zur Illustration gewisser, aber auch nur gewisser literarischer Werke, wie die Maram des Hariri, dieses Sprachkunstwerk, das Rückert auch übersetzt hat. Aber sonst ist dann in der arabischen Welt die Malerei oder die Kunst auf Papier eigentlich sehr zurückgegangen. Wir finden es noch in Keramik und in Metallwerk. Aber in der iranischen Welt hat sich dann eine wirklich exquisite Miniaturmalerei entwickelt. Und ihren schönsten Ausdruck hat sie dann in Mogul-Indien gefunden. Das ist so Ornamentik. Die Ornamentik, die Arabeske, ist eigentlich das ideale Bild für die islamische Kunst, nicht nur für die bildende Kunst, sondern auch für die Literatur. Das ist, wie Goethe gesagt hat, dass du nicht enden kannst, das macht dich groß und dass du nie beginnst, das ist dein Los. Das ist es eben. Die Arabeske ist die Gabelblattranke, wo immer wieder etwas Neues aus den Knospen und aus den Ranken sprießt und die wirklich kein Ende hat. Du brauchst eine sehr starke Geometrie, damit man sie konstruieren kann. Und die Gabelblattranke ist dann auch in etwas anderer Weise in der geometrischen Ranke, in der geometrischen Verflechtung vorhanden. Sie ist in der Literatur vorhanden. Also im Grunde kann man sehr vieles der arabischen oder islamischen bildenden Kunst unter dem Stichwort Arabeske zusammenfassen. Ja, auch die Kalligrafie, auch aus der Schrift lässt sich ja wunderschön. Ja, die Schrift, das ist die biegsamste Schrift, die man sich vorstellen kann. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich bei Kühnel gearbeitet habe, bei dem großen Meister der islamischen Kunst. Und dass ich dann später in meiner Harvard-Zeit auch zehn Jahre lang einen kleinen Seitenjob im Metropolitan Museum hatte, wo ich die gesamten arabischen und persischen Inschriften und alles, was damit zu tun hatte, bearbeiten durfte. Das war meine schönste Zeit. Aber Sie sagten auch, kein Theater und keine Musik hält sich irgendein Land so streng an dieses Gebiet. Theater war immer verpönt. Es gab Schattenspiel. Denn im Theater, im Drama handelt ja der Mensch. Im Schattenspiel handelt der Spielmeister, der Magister Ludi, der die Puppe tanzen lässt. Und der Mensch hat ja doch im Grunde nicht so viel Willen, dass er nun ein Drama im griechischen Sinne verursachen könnte. Das sieht man alles subspezie eternitatis. Das sind Dinge, die von Gott bestimmt und geleitet werden. Deshalb kein Drama. In neuster Zeit natürlich gibt es das. Jetzt wollte ich fragen, was ist mit Fernsehen, was ist mit Kino? Das hat doch sicher verändert. Das hat alles sehr verändert. Es hat auch das ganze Privatleben sehr verändert. Ich weiß, ich war einmal in Multan in Pakistan im Hause des dortigen Sufi-Meisters, der später auch Gouverneur des Punjab wurde. Die Frauen waren ganz abgeschlossen. Und auf einmal sagte er zu mir, kommen Sie doch rauf. Wir haben da oben indische Filme gekriegt, die sehen wir uns per Video an. Ich war so entsetzt. Mein treuer, reiner Glaube wurde sehr erschüttert. Aber dadurch ist natürlich die ganze Haltung der Menschen zum Theater und auch zum Westen sehr anders geworden. Aber in der Musik, ich meine, die christliche Religion hat ja die bedeutendsten Werke der Musik hervorgebracht. Mit Bach oder mit den großen Messen und so. Etwas Äquivalentes gibt es im Islam nicht. Nein, der Gottesdienst hat keine Musik. Die Musik hat sich als Vergnügung an den Kalifenhöfen und bei den Reichen entwickelt. Für Musik und Tanz und so etwas. Vortanzen. Und dann hat sie sich in den Sufi-Orden entwickelt. Das ist aber von der Orthodoxie immer sehr schräg angesehen worden. Atatürk hatte ja auch die Orden verboten, die vielen mystischen Orden, die es gab. Und das war so ein Spezialinteressegebiet für sich damals. Das war ja 30 Jahre später und dennoch gab es noch die tanzenden Dervische. Es gab sie eigentlich nicht. Es gab sie nicht, aber Sie haben sie gesehen. Ja, sicher, aber offiziell gab es sie nicht. Nein, die Orden waren alle offiziell verboten, aber die einzelnen Mystiker gab es noch. Die konnte man finden, wenn man Glück hatte. Und da die türkischen Freunde meine Interessen kannten, haben sie mich dann auch hingeführt. Und ich habe Beziehungen gehabt. Aber das Schöne war, 1954 wurde zum ersten Mal in Konya das Todesfest Mevlana Rumis gefeiert, des größten mystischen Dichters der islamischen Welt. Und ich wurde eingeladen, um da einen Vortrag zu halten. Und da haben zum ersten Mal seit 29 Jahren die Dervische aus der Türkei, aus Silvas, aus Ankara, aus Istanbul, wo immer es war, haben sich versammelt. Es waren so etwa 20, 30 Leute. Und haben zum ersten Mal den mystischen Reigen, den Semar, wieder vorgeführt. Und meine Mutter und ich sind die Ersten gewesen, die das seit 1925 wieder gesehen haben. Und deswegen fühle ich mich denen sehr verbunden. Aber inzwischen sind die nicht mehr so verboten. Ist das inzwischen wieder erstarkt, der Sufismus auch in der Türkei? Ja, er ist erstarkt. Aber die tanzenden Dervische werden natürlich vor allen Dingen als Touristenattraktion benutzt, was mich immer sehr kümmert. Schließlich benutzen wir ja auch eine Hochmesse nicht als Touristenattraktion in einem fremden Land, würde ich sagen. Ja, kann man das vergleichen? Ja, der Semar ist wirklich der mystische Gottesdienst, der Versuch, sich mit dem Göttlichen anzunähern. Und die Bewegungen haben alle besondere Bedeutungen. Die Dervische drehen sich ja auf dem linken Fuß in einem sehr schwierigen Rhythmus. Und die rechte Hand ist zum Himmel geöffnet, um die Gnade aufzunehmen. Die linke ist zur Erde gewandt, um die Gnade weiterzugeben. Das ist das Symbol. Und es ist also eine wirklich tiefreligiöse Angelegenheit. Aber es sieht schön aus. Aber ich bin immer etwas traurig, wenn ich das dann auf der Bühne sehe. Und die Leute, die nichts davon verstehen, starren sich das an und finden das wunderschön. Und versuchen dann derwisch Tanz zu üben, ohne die Wurzeln zu kennen. Aber die Sufi-Musik ist ja jetzt in Europa sehr stark im Kommen. Und wir haben eine ganze Reihe von jüngeren Leuten aus der Türkei, aus Iran. Es gibt hier ein paar ausgezeichnete Orchester. Und die treten auf. Und dann sind alle hier lebenden Muslime und viele Nicht-Muslime natürlich auch überaus begeistert. Das ist eine herrliche Musik zum Teil. Mohamed Iqbal, der pakistanische Philosoph, über den Sie viel gearbeitet haben, ein Poet auch des 20. Jahrhunderts, der wetterte gegen die schönen Künste des Westens und die verhexende Wirkung des Kinos. Also das war immerhin jemand, der 1938 gestorben ist. Und der zu seiner Zeit also doch sehr gegen diese modernen... Ja, das war er. Er war gegen alle diese Dinge und meinte, man hätte ja zu Hause Unterhaltung genug, man brauchte sich nicht diese Filme und Ähnliches anzusehen. Ja, Unterhaltung genug, das heißt im Zitieren von... Ach nein, in der Familie. In der Familie. Ja, in der Großfamilie war das ja alles immer. Ja, die Großfamilie ist ja etwas, was für uns manchmal schwer zu verstehen ist. Aber ich habe in Großfamilien gelebt, in polygamen Familien, wo ich nicht wusste, welches Kind nun zu welcher Mutter gehörte, aber die wuchsen alle zusammen. Friedlich aus. Zusammen, ja. Aber mein Ideal wäre es nicht. Sie haben von Anfang an, ich glaube, und ich nehme an, seither nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Gedichten übersetzt. Ja. Von der einen Sprache in die andere. Manche ja auch, wie man das gehört hat, ins Türkische oder so, also für andere zu öffnen. Die Poesie spielt also offensichtlich eine ganz große Rolle vielleicht, weil man mit Worten ausdrückte, was mit Bildern nicht zu sagen war. Das ist sehr richtig gesagt, wie bei der Hilya, der Prophetdarstellung. Aber die Poesie, die klassische arabische Poesie, die schon vor dem Islam bestand, die hat der islamischen Tradition und Kultur eine ganz besondere Farbe gegeben. Ein Dichter war eben ein inspirierter Mann. Mohammed musste sich ja auch gegen den Vorwurf wehren, ein Dichter zu sein. Und die Dichtung hat wirklich das Schönste an den Sprachen hervorgebracht, was man sich denken kann. Es ist eine Dichtung, die wir nicht mit unserer modernen Dichtung vergleichen können. Es ist eher, wie in der Metaphysical Poetry oder im Minnesang, eine durch den Geist gefilterte Dichtung. Also eine Erlebnisdichtung wie etwa, sagen wir, bei Klopstock oder bei Goethe oder den folgenden, die gibt es im Grunde nicht. Jeder Gedanke wird gefiltert. Und ein Gedicht ist im Grunde auch ein Arabeskwerk von Worten. Die Worte müssen genau zueinander passen. Und oftmals zitiert man in Anthologien oder auch im Gespräch nicht ein ganzes Gedicht, sondern immer nur die schönste Zeile, die edelste Perle aus der Perlenkette. Das ist einfach der Gedanke einer vollendeten Perlenkette mit einem durchgehenden Reim. Und das ist eine sehr schwierige Kunst. Und ich muss immer wieder das Gedicht mit der Arabeske vergleichen. Die beiden haben denselben Charakter. Es gibt natürlich auch epische Gedichte, aber nur in der persischen Welt, nicht in der arabischen. Haben Sie je daran gedacht, selbst zu dichten? Ja, ich habe zweibändige Gedichte herausgegeben. 1948 ein Band mit dem Titel Lied der Rohrflöte. Das waren Gazelen, also in der strengen islamischen Form. Und die sind nach meiner Meinung, mir gefallen sie immer noch. Und mein verehrter Lehrer Friedrich Heiler, mit dem ich damals in Marburg ja sehr eng zusammenarbeite, hat die meisten von Ihnen vertont. Die sind sehr schön geworden. Ja, sehr schön. Und dann, als ich nach England, nach Amerika kam, da war ich irgendwie sprachlos. Ich habe ja nur ein Jahr Englisch in der Schule gehabt, dadurch, dass ich zwei Klassen übersprungen habe. Und nun saß ich da in einer rein englischsprachigen Umgebung. Und ich fühlte mich, wie gesagt, stumm. Und dann hatten wir eine Sitzung, eine Konferenz über Rumi in New York. Und auf einmal auf dem Heimweg im Autobus, da konnte ich schon. Und dann habe ich in einem Zug eine ganze Reihe englischer Gedichte geschrieben. Englischer Gedichte? Ja, englischer. Und die sind dann auch veröffentlicht worden. Mirror of an Eastern Moon. Gedichte geschrieben. Englischer Gedichte? Ja, englischer. Und die sind dann auch veröffentlicht worden. Mirror of an Eastern Moon. Das ist sehr schön angeschlagen. Und das habe ich in einer erweiterten Ausgabe dann noch einmal gemacht. Das ist jetzt auch in der dritten Auflage. Das heißt, Nightingales under the snow. Ist es denn so, dass Ihre Bücher in England sehr viel mehr bekannt sind als hier bei uns? Ja, ich glaube schon. Also meine, die Sachen, die ich auf Englisch geschrieben habe, sind fast alle sehr gut verkauft worden. Meine Bücher über Rumi, meine Rumi-Übersetzungen ins Englische, mein Buch. Ed Mohamed is his Messenger, das ist ungefähr doppelt so dick wie das Deutsche. Oder die islamische Kalligrafie. Also im Englischen habe ich ungefähr 25 größere Bücher veröffentlicht. Insgesamt, muss ich dazu sagen, liegt das zwischen 80 und 100 oder wie viel? Ja, ich vergesse es immer. Es ist immer so schwierig, das nachzuzählen. Worin liegen denn die Unterschiede zwischen den islamischen Gedichten und den europäischen? Gibt es Unterschiede? Ja, wie gesagt, die islamische Tradition ist sehr viel stärker auf das durch den Geist gefilterte, wie Goethe das schon sehr schön in den Noten und Abhandlungen gesagt hat. Und das reine Erlebnisgedicht ist eigentlich erst eine Erfindung der neueren Zeit. Also von der Mitte des 19. Jahrhunderts an gibt es das. Vorher wurden die Erlebnisse gewissermaßen in eine bestimmte Form gebracht, die sich oft sehr ähnelten. Aber man muss sie zunächst einmal dechiffrieren, um die wirkliche Bedeutung zu finden. Und ein persisches Gedicht ist ein ganz großes Kunstwerk, in dem der Klang, die Wortwahl, die Bilder alle aufeinander abgestimmt sind. Und das große Problem ist, wenn man solche Gedichte übersetzt, dann, ich bin der Meinung, dass man das Gedicht nicht zerreißen kann und es in moderne europäische Strophen bringt, wie das jetzt immer wieder getan wird, vor allen Dingen in Amerika, wo persische Poesie also wirklich sozusagen zu Kino-Songs geworden ist. Ich glaube, da das persische oder arabische oder türkische Gedicht wirklich ein Kunstwerk ist, das nicht auseinandergenommen werden kann, sollte man in der europäischen Sprache auch versuchen, dem zumindest formal einigermaßen nachzukommen. Wir können sehr schwer ein Rasellen mit einem durchgehenden Reim, wir können das. Haben Sie das gemacht auch? Dutzendweise. Ich glaube, ich habe hunderte von Rasellen, in ganz klassischer Form. Ich kann es immer noch. Aber zum Übersetzen ist es manchmal schwierig. Ich habe vorgestern Abend ein langes persisches Gedicht übersetzt. Da habe ich einfach um der leichteren Sprache willen keinen Reim verwendet, nur das Versmaß. Und das klingt nun sehr schön. Aber ich würde ein Gedicht niemals, ein persisches Gedicht niemals in Strophen auflösen. Das geht einfach nicht für meinen Geschmack. Aber wissen Sie, meine Freude an Gedichten hat mir ja auch schon viel Tadel eingetragen. So Anfang der 50er Jahre, als ich die Lyrik des Ostens mit Schubring und Gundert machte, da sagte meine verehrte Lehrerin, Annemarie von Gabin, als ich Tokologie machte, zu meiner Mutter, Frau Schimmel, hindern Sie Ihre Tochter doch daran, Gedichte zu verfassen. Das schadet ihrem guten Ruf. Meine Mutter sagte, Gott hat ihr die Gabe gegeben. Ich hindere sie nicht dran. Um welche Themen geht es denn? Gibt es jetzt um die ähnlichen Themen wie bei uns, oder geht es doch mehr um die Liebe zu Gott und mehr eine gottbezogene Geschichte? Nein, die allgemeine Literatur ist genau wie bei uns die ewigen menschlichen Gefühle. Aber in der Mystik ist es eben so, dass die Gottesliebe in der Gestalt der menschlichen Liebe gespiegelt wird. Und auf diese Art und Weise hat man sehr stark die persische Dichtung missverstanden. Man dachte nun, jeder Wein, der vorkommt, ist echter Wein und jede Liebe ist menschliche Liebe. Aber jedes persische Gedicht hat einen doppelten Sinn, ist ein doppelseitiger Brokat, wie Rumi sagt. Man hat also das Gefühl, man kann es verstehen auf der einen Ebene, man kann es aber auch ganz anders verstehen. Und das ist das Reizvolle dran. Glauben Sie denn, dass die Poesie vermitteln könnte zwischen den islamischen Völkern und uns? Also vermittelt hat sich ja Tausend und eine Nacht und Karl May, das waren handfeste Vermittler. Könnte die Poesie diese Rolle spielen, außer dass sie in Amerika gesungen wird? Das ist vielleicht auch eine Vermittlung. Ja, es ist etwas schwierig, gerade wegen des Charakters und wegen der Schwierigkeiten dieser Poesie, wegen der außerordentlichen, feinlichen Zisillierung in sprachlicher Hinsicht. Ich glaube, dass wir eher einen Zugang zur islamischen Kultur durch die Kunst haben, durch den Moscheebau, durch die Miniaturen, durch die Arabesken, durch die Fliesen. Das versteht ein Mensch. Wenn jemand auf eine wunderbare Fliesenwand blickt, dann nähert er sich dem Islam sehr viel leichter, als wenn er nun auch das schönste persische Gedicht in Übersetzung liest. Ich meine, es kann helfen. Ich habe ja schließlich nicht um sonst so viele hundert Gedichte übersetzt, weil ich glaubte, dass es helfen kann und es noch immer glaube. Aber durch die Kunst, durchs Auge ist es leichter. Der Islam im subindischen Kontinent, so heißt eines Ihrer Bücher, wo Sie ja diesen Teil der Welt besonders beschreiben und das ist ja ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit auch geworden. Wir machen uns ja, also wenigstens ich muss das von mir sagen, wenig bewusst, den Islam verbindet man meistens mit den arabischen Ländern. Und ich habe also bei Ihnen nun gelernt, was ich auch wusste, natürlich Pakistan, aber irgendwie war es einem nicht so präsent, dass es ja einen größeren Teil islamischer Länder gibt, außerhalb des arabischen Teils. Viel größer. Aber irgendwie haben wir als Kinder noch gelernt, weiß ich von Tausend und einer Nacht oder sonst woher, dass das sich begrenzt auf den arabischen Teil. Der Islam ist 711 in das Gebiet gekommen, was heute Pakistan ist und dann nach dem Jahre 1000 ist von Afghanistan aus die Eroberung Nordindiens vor sich gegangen und hat sich bis nach Bengalen ausgebreitet. Im 13. Jahrhundert gibt es dann islamische Königreiche unten im Deckern in Südindien und Pakistan, Indien und das heutige Bangladesch zusammen haben etwa 400 Millionen Muslime. Davon hat Pakistan etwa 150 Millionen, wenn ich jetzt die letzte Statistik richtig kenne. Also in Indien sind fast eben so viele Muslime wie in Pakistan, denn mit der Teilung hat das nicht so geklappt. Ja, bei der Teilung war es dann überhaupt so, dass es ein Flüchtlingswesen hierüber und darüber gab und ziemlich viel Elend und das ist uns allen gar nicht so bewusst geworden. Nein, das war 1947, als wir mit unseren eigenen Problemen und eigener Teilung zu tun hatten. Aber was da vorgekommen ist bei dem Bevölkerungsaustausch und bei der Flucht, das ist wirklich ganz schrecklich. Da gibt es eine große Literatur darüber. Und auch jetzt in Pakistan, die Muhajirs, also die, die aus Indien gekommen sind, haben es manchmal doch gegenüber den Eingeborenen jahrzehntelang etwas schwer gehabt. Ja, es ist ja erstaunlich, dass in Indien das also durch das Kastenwesen geprägt ist oder vielleicht ist es gerade nicht erstaunlich, dass der Islam, der ja eher gleichmacherisch in seiner Religion ist, dass der sich in diesen Ländern so ausgebreitet hat. Ja, das war für viele der Ausweg aus dem Kastenwesen. Und es waren vor allen Dingen die Sufis, die Mystiker, die in ihren Dargars, in ihren Zentren alle Leute zuließen. Vor allen Dingen waren es die Gemeinschaftsmahle, denn ein Hindu aus dieser Kaste darf ja nicht mit einem Hindu aus jener Kaste essen. In den Dargars saßen sie alle zusammen und erlebten ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. Und das hat natürlich zu etlichen Konversionen beigetragen. Und die ganze Frage, wie die Konversion in Indien stattgefunden hat, ist noch nicht geklärt. Manche sagen, es seien strukturelle Probleme zwischen Stadt und Land gewesen. Also es gibt da so viele Theorien, wie es Kollegen gibt. Aber ich glaube gerade, dass dieser egalitäre Charakter des einfachen Islam sehr wichtig war. Es gibt ja nun diesen südlichen Gürtel von der ehemaligen Sowjetunion, der ja auch islamisch ist und jetzt erst wieder erstarkt. Der Islam war verboten oder zurückgedrängt. Die Kommunisten wollten nicht, dass die Leute an Gott glauben und haben ihnen also vieles verboten. Waren Sie eigentlich mal in einem dieser Länder? Ja, ich bin schon viermal in Usbekistan gewesen. Ich war in Tajikistan, ich war kurz in Kasachstan und kurz in Turkmenistan. Es ist ja so, dass das, was heute Usbekistan ist, zu den ersten Gebieten gehört, die überhaupt von den Muslimen erobert sind. Im Jahr 711, im gleichen Jahr, als die Muslimen die Meerenge von Gibraltar überquerten, und im gleichen Jahr, als sie da, wo heute Karachi ist, landeten, sind sie auch über den Oxus gegangen und haben Afghanistan und Trans-Oxanien, Europa und Bukhara und Samarkand, waren im 8., 9., 10. Jahrhundert die Zentren der islamischen Kultur. Das vergisst man meistens. Und in der Sowjetzeit haben vor allen Dingen muslimische Sufi-Orden, wie die Nachspandis, die auch von dort stammen, im Geheimen den Kampf gegen die Sowjets geführt. Es gibt ein sehr schönes Buch von einem französischen Gelerner, der hat ein Buch geschrieben, Le Yogi, Le Sufi et le Commissaire, wo er diesen unteren Kampf geschildert hat. Und das ist sehr wichtig, das kann man auch heute noch spüren. Und es ist natürlich ein ähnliches Gefühl, wie man es manchmal in der früheren DDR hatte, wenn man über Religion spricht, da muss man erst auf eine andere Schiene gehen. Aber das ist heute nicht mehr so. Ja, es fängt langsam an. Was den Islam von dem Christentum unterscheidet, ist ja wirklich, dass Sie haben mal gesagt, die beiden Seiten einer Medaille sind die Religion und der Staat, die Religion und die Politik. Das ist ja etwas Außergewöhnliches. Dass das in vielen Ländern ja noch heute so ist. Es gibt einige, die es versucht haben. Die Türkei hatten wir schon. Welche Länder haben denn noch versucht, sich davon etwas freizumachen? Nun, in den magribinischen Ländern etwas? In Marokko, ja. Etwas Befreiung hat man schon versucht. Aber das Interessante ist, dass es heutzutage eine ganze Reihe von Modernisten gibt, vor allen Dingen sehr gläubige und etwas mystisch ausgerichtete Modernisten, die sagen, das sei eine falsche Interpretation. Der Islam wende sich wirklich an den Menschen, an sein Herz, an seine Seele und die staatliche Organisation sei etwas zweitrangig. Das habe ich jetzt schon öffnet. Oh ja, das gibt es. Weil das doch eigentlich eins ist. Das heißt, das ganze Recht ist davon, die privaten und gesellschaftlichen politischen Beziehungen sind. Also ich kenne modernistische Strömungen, wo man sagt, das, was für uns wichtig ist, sind die Teile des Korans, die in Mekka offenbart sind. In Medina ist der Koran, wird schon zu einem staatlichen Gesetzbuch. Und wie ist der Prozentsatz der Sachen, die in Mekka weitergegeben wurden? Ungefähr. Ja, die großen Suren, Bacara und so weiter, die ganz langen, die Gesetz Suren, die stammen alle aus Medina. Also ich könnte nicht sagen, es würde vielleicht halb und halb sein, aber das müsste ich mal nachprüfen. Aber das ist jedenfalls ein Ansatz, den ich jetzt in letzter Zeit mehrfach gehört habe. Ja, der Koran ist ja anders als die Bibel, ist ja sowohl ein Gebet wie ein Gesetzbuch. Das unterscheidet es doch, nicht? Ja, der Koran gilt eben für den Muslim als das inlibrierte Wort Gottes. Genau wie im Christentum Jesus das inkarnierte Wort Gottes ist, so ist für den Muslim. Der Koran das inlibrierte, also buchgewordene Wort Gottes. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zur Bibel. Obgleich es bei uns ja auch lange und in vielen Kreisen den Glauben an die Verbale Inspiration der Bibel gegeben hat. Glauben Sie an die Möglichkeit, dass man die Religion, den Islam mit einer modernen Demokratie in Übereinstimmung bringen kann? Ja, da habe ich gar keine... Gibt es irgendwo eine solche Demokratie? Nein, aber ich sehe es ja, wie man versucht hier, es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, gerade von deutschen oder europäischen und amerikanischen Muslimen, die zeigen, dass nichts dagegen spricht, Demokratie und Islam zu vereinigen. Und ich glaube, das könnte man... Und wieso ist das noch nirgends entstanden? Solche Dinge brauchen ihre Zeit, glaube ich. Und es gibt immer machtbesessene Leute, die von solchen Dingen nicht sehr viel wissen wollen. Aber ich glaube, es ist möglich. Und ich hoffe, es ist möglich. Inzwischen ist ja der Islam nach Europa gekommen. Also im Augenblick haben wir in Deutschland mehr als drei Millionen und in Frankreich sind es schon mehr als vier Millionen. Man vermutet, in ganz Europa leben ungefähr 15 Millionen Moslems. Wie glauben Sie denn, wie können die sich hier... Werden die uns verändern? Oder wie können sie hier leben? In welcher Form können sie hier ihrer Religion nachgehen? Nun, ich meine, die Vorschriften der Religion können sie hier durchaus durchführen. Sie können hier beten. Sie können im Ramadan fasten. Es ist etwas schwieriger, als wenn man es in der Gemeinschaft tut. Aber sie tun es. Und sie tun es zum großen Teil mit großer Hingabe. Und wenn sie ihren Urlaub zur Pilgerfahrt benutzen, ist dagegen auch nichts zu sagen. Ja, sie müssten sich ja hier an unser westliches Rechtssystem gewöhnen. Gut, die Türken kennen das schon, aber es gibt auch eine Million in Deutschland, die nicht aus der Türkei kommen. Die müssen ja im Rechtssystem, das ist unser Rechtssystem, annehmen. Ja, darüber gibt es jetzt auch sehr viel Diskussion. Wir haben also beispielsweise die Veröffentlichung von Ahmed von Dempfer in München oder von Abdullah Borek aus Bahrain. Das ist ein deutscher Muslim, der in Bahrain lebt. Die versuchen immer, da einen Weg zu finden und zu zeigen, dass es durchaus möglich und wünschenswert ist, dass man sich diesen demokratischen Formen anpasst. Glauben Sie, dass die das schaffen werden, dass es so einen europaverträglichen Islam gibt? Gott weiß es am besten, kann ich da nur sagen. Aber es gibt jedenfalls genug Bestrebungen dieser Art. Was ist denn Fundamentalismus? Nun, ich habe ja früher Fundamentalismus in Anführungszeichen geschrieben, weil das Wort ja sich auf christliche Sekten bezieht, die im späten 19. Jahrhundert sich gegen den Darwinismus auflehnten und nur auf die Bibel sich bezogen. Und deswegen mag ich das Wort nicht, wenn es auf den Islam bezogen wird. Denn ein Fundamentalist ist im klassischen Sinne jemand, der die Bibel wörtlich nimmt. Aber der Koran, der Muslim muss ja den Koran, wie er da steht, wörtlich nehmen. Ergo wäre theoretisch jeder Muslim ein Fundamentalist. Und deswegen mag ich das Wort nicht für den Islam. Wir haben es eingegrenzt, die Bedeutung eigentlich. Dadurch, dass wir nur die Aggressiven nennen, wir Fundamentalisten. Ja, genau. Macht Ihnen denn der aggressiven Fundamentalismus Angst? Ist das etwas, was Sie besorgt? Nein, da macht mir keine Angst, aber ich finde es sehr unangenehm, dass sich diese Dinge entwickelt haben. Und es ist eine sehr historisch, sehr merkwürdige Entwicklung. Das sehe ich nicht nur an dem sogenannten Fundamentalismus, sondern ich sehe es in manchen Lebensbereichen, dass vieles, was im Mittelalter erlaubt war und möglich war, jetzt im 20. und 21. Jahrhundert nicht mehr erlaubt ist. Ein kleines Beispiel. Miniaturhandschriften des 14. Jahrhunderts, als die Miniaturen sich zu entwickeln begannen in Iran, zeigen Bilder aus dem Leben des Propheten und er ist mit vollem Gesicht dargestellt, also ein richtiges kleines fantasievolles Porträt. Dann wurde er mit einem weißen Tuch vor dem Gesicht dargestellt. Heutzutage ist es so, in manchen Ländern, ich weiß es, weil ich selbst ein Buch mit einer solchen Abbildung veröffentlicht habe, das ist weder in Ägypten verkauft worden, noch in Pakistan, weil dort der Prophet dargestellt ist. Also Dinge, die im Mittelalter und auch noch in der Frühneuzeit ganz normal waren, die werden heute einfach aus Angst, dass man etwas falsch machen könnte, abgelehnt. Und das ist eine Entwicklung, die mich als Historikerin beunruhigt. Sie ist verständlich, weil man versucht, auf den möglichst authentischen Islam zurückzugehen, aber in diesem authentischen Islam gab es einige der Fragen überhaupt nicht und im Mittelalter wurden sie sehr viel lockerer gehandhabt. Und das ist eine merkwürdige Sache. Kürzlich ist ein Buch von Ihnen herausgekommen über das Mogul-Reich in Indien. Vielleicht können Sie uns davon noch etwas erzählen, weil man ja auch davon leider zu wenig weiß. Ja, das wundert mich immer, dass man so wenig weiß. Ich meine, man weiß, dass es den Taj Mahal gibt, aber was dahinter steht, weiß man nicht, dass es das Grabmal für die überausgeliebte Frau von Shah Jahan, der Mogul-Kaiser war, die bei der Geburt ihres 14. Kindes in 16 Jahren starb, was man ihr nicht übel nehmen kann. Können Sie sagen, welche Zeit das war? Shah Jahan hat regiert von 1627 bis 1666. Dann wurde er von seinem Sohn entthront, von Aurangzeb. Und, nein, er ist schon, jetzt habe ich was Falsches gesagt, 1666 ist er gestorben. Er war vorher von seinem Sohn entthront worden. Aber die Moguls sind eben eine Dynastie, die auch für die Europäer große Bedeutung haben. Die Engländer haben ja den großen Handel mit Indien geführt. Seit 1600 war die East India Company gegründet und sehr viel Import waren, sind aus dem Orient gekommen. Myrten lässt seinen neu geschaffenen Adam zu Agra and Lahore of Great Mogul blicken. Das war der Inbegriff aller Schätze des Orients. Und wir haben im Dresdner Grünen Gewölbe ja dieses wunderbare Kunstwerk, Geburtstag und Hofstaat Aurangzebs, das für August den Starken gemacht ist. Ein ganz fantastisches Werk von diesem etwa über einen Meter Durchmesser, wo der ganze Hofstaat des Moguls in etwas fantasievoller Weise dargestellt ist, in feinster Emai-Arbeit. Und Mogul war eben, das haben wir ja jetzt auch noch in unserem Zeitungsdeutsch, das war einer, der ungeheure Macht hatte. In Wirklichkeit ist das Wort Mogul eine Arabisierung von Mongole. Die Moguls haben sich selbst nie so genannt, die hießen das Haus Timurs, weil sie von Timur Tamalan abstammten. Und sie kommen aus Zentralasien, ich habe gerade vor ein paar Monaten noch, Baburs, des Gründers, Geburtsort in Andijan besucht, im heutigen Usbekistan. Dann kamen sie nach Indien, 1526 übernahm Babur das indische Islamische Reich und ihm folgt dann sein Sohn Humayun. Besonders interessant übrigens, weil Humayuns Schwester eine wunderbare Autobiografie und Geschichte ihres Bruders geschrieben hat. Die Prinzessin Gulbadan, die hat eine zauberhafte Familiengeschichte geschrieben, auch sehr humorvoll. Und die wurde auch damals schon verbreitet? Nein, die Bücher wurden ja höchstens abgeschrieben. Aber die Gulbadan war eine sehr gute Schriftstellerin, auch mit einem guten Sinn für Humor. Und die Damen haben damals überhaupt eine enorme Rolle gespielt, nicht nur als Königin oder Prinzessin, als Mäzenin, haben auch in der Mystik, in der Literatur eine Rolle gespielt. In meinem Buch habe ich ein Bild, eine alte Miniatur aus der Mogul-Zeit. Das habe ich in London gefunden, im India-Office. Vier Prinzessinnen sitzen da in der Schule vor einem sehr streng blickenden Lehrer. Das ist ein so süßes Bild. Ich bin glücklich, dass ich das habe veröffentlichen können, denn es ist sehr wenig bekannt, weil es in einem Album im India-Office ist. Und die Moguls sind eben dann durch Kaiser Akbar, der versucht hat, die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus zu besänftigen, ist er als der große, tolerante Herrscher in die Geschichte eingegangen. Er war das gar nicht so. Er hat genauso viel Krüge geführt wie die anderen, aber er war schon ein großartiger Mensch. Dann kommt Jahangir, der Ästhet, der vorzügliche Naturwissenschaftler war, und die besten Porträtmaler und auch Tier- und Pflanzenmaler an seinem Hof hatte. Und dann Shah Jahandes, der eben den Taj Mahal gebaut hat. Und mit Aurang Seb kommt noch einmal ein sehr fanatischer Herrscher an die Macht, aber auch ein Mann, der religionsgeschichtlich sehr interessant ist. Er hat die ganzen Fatwas, wir sprachen ja von Fatwas, seinerzeit sammeln lassen in sechs riesigen Bänden, die Fatah-Wai-Olam-Giri, und aus denen kann man sehr, sehr viele Details über das tägliche Leben im Mogul-Reich erfahren, weil man dann weiß, was wollten die Leute wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Darüber müsste auch mal jemand eine wirklich gute, nicht Dr. Abha-Wil-Arbeit schreiben. Also es gibt da unendlich vieles noch zu machen, von jedem Gesichtspunkt aus. Literatur, Religion, Kunst. Sie sagen ja, Pakistan sei Ihr Heimatland. Die Türkei ist Pakistan, ja. Ja, Sie haben sogar eine Grabstelle dort. Ist das wahr? Steht irgendwo? Na, ich möchte sie haben, aber ich weiß nicht, ob das dazu kommt. Aber Sie haben schon einen Boulevard dort, der nach Ihnen benannt ist. Ja, in Lahore hat man ihn. Wofür ist das? Für Ihre Verdienste? Das war sehr lustig. Wir haben ja in Heidelberg ein Iqbal-Ufer und Iqbal war der große indomuslimische Philosoph und Dichter, dem der Gedanke an Pakistan zu verdanken ist. Und ich habe von meiner Studentenzeit an mich für Iqbal interessiert, weil er nämlich versucht, Jalaluddin Rumi, den großen islamischen Mystiker, und Goethe miteinander zu verbinden. Und da ich beide liebe, habe ich, als ich zum ersten Mal etwas von ihm las, gesagt, das ist der Mann, über den arbeitest du. Ich habe dann etliche seiner Werke ins Deutsche übersetzt. Ich habe sein Hauptwerk auch ins Türkische übersetzt. Und habe in Pakistan viel über ihn gesprochen. Ich kenne seine Familie, kenne sehr viele, eigentlich alle, die für Iqbal zuständig sind. Und dann habe ich mir gesagt, Iqbal war Goethe so tief verpflichtet, wenn wir in Heidelberg ein Iqbal-Ufer haben, dann sollten die Lahore auch wenigstens eine Goethe-Straße haben. Ganz logisch. Ich schrieb und schrieb an die deutsche Botschaft, an die pakistanische Region, nichts. Dann kam ich 1982 zur Iqbal-Feier, das war im Frühjahr, und als ich nach Islamabad kam, sagte mir ein pakistanischer Kanal, haben Sie heute Zeitung gelesen? Ich sage, nö. Ja, die wollen eine Straße nach Ihnen. Nennen. Ich sage, ach, das ist ein Druckfehler, vergessen Sie es. Zwei Tage später kam ich nach Lahore und Iqbal's Sohn holte mich am Flugplatz ab, sagte, du, wir nennen eine Straße nach dir. Ich sage, könnt ihr nicht warten, bis ich tot bin? Nee, sagte er, wir machen das übermorgen. Nun muss ich dazu sagen, ich hatte eine fürchterliche Blutvergiftung im Bein, konnte mich also kaum bewegen, habe das aber überspielt. Und ja, nachdem wir den Iqbal-Tag überstanden haben, wanderten wir und die eine Seite des Kanals wurde nach Goethe genannt und die andere nach mir. Wie schön. Also in guter Gesellschaft. Ja, in bester Gesellschaft geradezu. Vielen Dank, Frau Schmidt.